Gender-Dysphorie. Wie gehe ich damit um? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Sich in der Haut nicht wohlfühlen, in der eigenen Haut, das ist so ein Satz, den denken wir alle vielleicht irgendwann einmal. Manche Menschen aber fühlen sich auch im falschen Körper gefangen. Sie empfinden geschlechtlich nicht so oder nicht vollständig so, wie es bei ihrer Geburt bestimmt wurde. Im Asklepios-Fachklinikum Tiefenbrunnen gibt es eine Sexualambulanz für Sexualmedizin, Sexualpsychotherapie und Transgender-Versorgung, wohin man sich wenden kann. Und bei mir ist jetzt Privatdozent Dr. Jörg Signerski-Krieger. Er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Asklepios-Fachklinikum Tiefenbrunnen. Und er ist Leiter dieser Ambulanz. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Signerski-Krieger. Vielen Dank für die Einladung. Was bewegt die Menschen, die zu Ihnen in die Ambulanz kommen? Das sind meistens Personen, die das Gefühl haben, dass ihr biologisches Geschlecht nicht mit der geschlechtlichen Identität zusammenpasst. Wie nennt man das? Das nennt man Geschlechtsidentitätsstörung, Gender-Dysphoria. Es gibt verschiedene Begriffe dafür, die einige Schwierigkeiten manchmal haben. Zum Beispiel, früher hat man dazu gesagt, Transsexualität. Das hat aber nichts mit sozusagen Sexualität zu tun, sondern mit der Geschlechtlichkeit. Dann hat man von Transidentität gesprochen. Aber die Identität ist ja mehr als nur die geschlechtliche Identität. Und so dass man im Moment medizinisch von Gender-Dysphoria spricht. Also das Leiden darunter, dass das biologische Geschlecht nicht mit der geschlechtlichen Identität zusammenpasst. Ich sehe mich also im Spiegel. Ich sehe ja eine Frau, aber ich fühle mich eigentlich mehr als Mann oder manchmal wie ein Mann. So muss ich mir das vorstellen? Ich fühle mich dann eher wie ein Mann. Nicht manchmal, sondern das ist schon sozusagen die ganze Zeit vorhanden. Und dann guckt man im Spiegel, sieht eine Frau oder sieht einen Mann, hat aber das Gefühl, eine andere geschlechtliche Identität zu haben. Aber Sie sagten ja gerade, es hat nichts zu tun damit, ob ich homosexuell bin. Genau, es hat nichts mit der Sexualität zu tun. Kann man das denn... Also man redet ja gerne über Symptome. Also kann man das an irgendwas von außen erkennen, dass ich mich nicht gut fühle? Nein, das wissen die Personen nur selber. Wie äußert sich das denn? Das ist bei verschiedenen Personen anders. Viele beschreiben schon in der Kindheit, dass sie das Gefühl hatten, meine Güte, irgendwie bin ich anders. Eigentlich bin ich ein biologisches Mädchen, aber ich habe schon viel lieber mit den Jungs gespielt. Und meine Mama hat mir versucht, Kleidung anzuziehen oder Kleider anzuziehen. Ich fand das immer doof. Oder biologische Jungs, die sagen, nee, ich habe immer schon gerne lieber mit den Puppen gespielt. Es gibt Personen, die merken das erst viel später, dass sie erst nach der Pubertät merken, irgendwie passt das mit mir nicht. Meine sozusagen, mein biologisches Geschlecht passt nicht mit meiner geschlechtlichen Identität zusammen. Umgekehrt kann man aber ja glaube ich nicht sagen, dass jemand, der, dass ein Junge, der mit Puppen spielt, deshalb in diese Gruppe gehören würde später. Richtig, so ist es. Oder jemand, der gerne Frauenkleider anzieht, muss ja auch deshalb nicht so eine Geschlechtsdysphorie empfinden. Genau. Sie sprechen etwas Wichtiges an, dass man das von außen nicht sieht und teilweise auch am Verhalten nicht sieht. Sondern es geht wirklich ums Empfinden dessen, wie empfinde ich meine geschlechtliche Identität. Entdeckt man diesen Druck vielleicht oder diese Spannung innerlich manchmal auch an anderen, also so an Folgeerkrankungen? Also dass man immer traurig ist oder immer akassiv. Ja, Sie müssen sich vorstellen, diese Personen leiden darunter, dass sie zum Beispiel in der Pubertät nicht zu der Peergroup gehören, wo sie gerne hin möchten. Die möchten vielleicht lieber gerne bei den Jungs sein oder bei den Mädchen sein. Werden dann ausgegrenzt, erleben Mobbingerfahrungen, spielen im Job vielleicht dann eine Rolle, die dem biologischen Schlecht entspricht, aber nicht der eigenen geschlechtlichen Identität. Das macht dann hohe Anspannungszustände. Man fühlt sich dann traurig, niedergeschlagen, wird vielleicht aggressiv, all das kann sich so äußern. Oder sogar im schlimmsten Fall mal in den Drogen, um diese Disbalance aushalten zu können. Jetzt haben wir ja gesprochen über Mann, Frau, Frau, Mann, also binär. Aber es gibt ja noch mehr. Wie empfinden diese Menschen das dann? Die empfinden das sozusagen so ähnlich wie die anderen, die leiden auch darunter. Die nennt man dann non-binär. Das sind ungefähr 15 Prozent der Personen, die sich bei mir vorstellen. Das sind Personen, die sagen, ich habe zum Beispiel beide Anteile in mir. Männliche, sowohl weibliche. Oder ich habe Agenda, ich kann mich überhaupt keinem Geschlecht zuordnen. Wenn man nicht so sein möchte, wie man zurzeit ist, sondern eine Veränderung möchte, wie weit wollen denn dann Ihre Patienten gehen im Allgemeinen? Auch das ist sehr, sehr individuell. Der eine möchte nur darüber reden. Ich kann mich an eine Patientin erinnern, Mann zu Frau, also eine Transfrau, die um die 70 war, die gesagt hat, ich weiß schon immer, dass das nicht stimmt. Schon als Kind, ich habe lieber mit dem Puppen gespielt. Mein Vater hat mein Puppenhaus verbrannt. Also ganz schwierige Kindheit auch. Und der sich nie getraut hat, sich zu outen. Und der mit 70 einfach nur wissen wollte, habe ich das, habe ich dieses Phänomen, ja oder nein? Und Sie merken, ich spreche hier von Phänomen, nicht von Krankheit. Sie meinen, das ist völlig, das ist keine Krankheit, also es ist gesund. Genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Also man kann ja, wie Sie ja sagen, nur darüber reden. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, als nächstes wäre, mit meiner Umwelt darüber zu reden, was man ja gerne als Outing bezeichnet. Wie weit kann ich denn gehen? Wie gehen wir die einzelnen Schritte durch, wenn man sich das so vorstellen kann? Ja, sehr gerne. Also ich kann mich outen, ich kann anfangen, die Kleidung des anderen Geschlechtes zu tragen. Ich kann Hormone nehmen und dann kann ich operative Maßnahmen machen. Zum Beispiel kann ich, wenn ich so ein Transmann bin, also eine biologische Frau, die das Gefühl hat, männlich zu sein, kann ich eine Mastektomie machen, also die Brüste sozusagen entfernen lassen. Ich kann sozusagen den Uterus entfernen lassen. Auf der anderen Seite kann ich mir ein sozusagen künstliches, weibliches Genital chirurgisch formen lassen oder ein künstliches, männliches Genital formen lassen. Ich kann den Bart weg epilieren lassen. Ich kann gesichtsfeminisierende Maßnahmen machen, also ich kann zum Beispiel typische männliche Gesichtsmerkmale sozusagen schöner chirurgisch verändern lassen. Ich kann die Stimme tiefer oder höher werden lassen. Es gibt verschiedene Dinge, die ich machen kann. Ja, und die auch unterschiedlich aufwendig sind. Also wenn wir mal anfangen mit den Hormonen. Ja. Also angenommen, ich würde Östrogene nehmen, dann wäre ich ja, wäre mein Ausgangspunkt, ich wäre eher männlich. Also wenn ich sozusagen eine Transfrau bin, also biologisch männlich, dann möchte ich ja die weibliche Hormone nehmen. Dann würde ich Östrogen zum Beispiel nehmen. Und das verändert was? Das macht die Haut weicher, sorgt für ein Brustwachstum, sorgt für eine Stimmungsveränderung leicht, aber wirklich nur leicht. Genau, sowas passiert. Die Haare, die hier sind, die werden ein bisschen dünner. Ja, sowas passiert. Und meine Stimme? Bleibt, weil der Resonanzkörper ja schon da angelegt ist, den kriege ich ja nicht kleiner. Also ein Bass, wenn man sich an Instrumente denkt, ja, eine Violine ist hoch, ein Bass ist tief. Wenn der Klangkörper, der Bass einmal da ist, den kriege ich durch die Hormone nicht geschrumpft, den kann ich nur operativ verändern. Und wenn ich von der anderen Seite komme? Dann kann der Klangkörper wachsen, weil sich durch das Testosteron Knorpel und Knorpelstrukturen verändern. Und dadurch wird der Resonanzraum größer und die Stimme wird tiefer. Gibt es keine Chance, die Stimme höher zu machen? Die Stimme höher machen kann man durch Logopädie, also dann redet man in der Kopfstimme. Oder aber man kann chirurgisch eingreifen, man kann die Stimmbänder straffen oder zusammennehmen. Achso, dann werden Sie kürzer und damit die Stimme höher. So wie bei einem Seiteninstrument, wenn ich dran gehe. Genau, die Seite gespannt wird. Östrogen, was ist, wenn ich Testosteron nehme, also wenn ich männlicher sein will? Genau, das sind ja dann biologische Frauen, die sozusagen Transmänner sind, also die männliche Identität haben. Und die nehmen Testosteron. Das heißt, was verändert sich? Die Stimme wird tiefer. Es kommt zum Bartwachstum. Also die sekundäre Schambehaarung ist Testosteron gesteuert. Verhalten ändert sich ein bisschen, die werden etwas dynamischer, aggressiver. Libido kann man am Anfang nach oben gehen. Was sich nicht ändert, sind zum Beispiel Knochenstrukturen. Also wenn man vorher eine biologisch kleine Frau war, bleibt man ein kleiner Transmann. Auch die weibliche Beckenstruktur ändert sich nicht. Ja, und wenn man an Operationen denken würde, also Frau zu Mann, das heißt, kann ich dann noch Kinder kriegen? Oh, das ist ein wichtiges Thema. Also das Thema Kinder kriegen ist eins, was wir am Anfang mit den PatientInnen besprechen. Und gucken, ist überhaupt ein Kinderwunsch da? Ja oder nein? Wenn ein Kinderwunsch da ist, dann muss man vorher überlegen, was macht man damit? Also bekommt man vor der Transition Kinder? Oder man kann Eizellen oder Samenfäden einfrieren lassen? Das ist eine Möglichkeit. Wenn ich einmal Hormone nehme, besteht noch die Möglichkeit, das nochmal umzudrehen. Wenn ich aber operiere und die Hoden entferne oder die Eierstöcke entferne, dann oder auch die Gebärmütter entferne, dann ist quasi das Kinderkrieg ja nicht mehr Persien möglich. Ja, wir sprechen ja schon die ganze Zeit über eine Veränderung, die ja kein Kinkerlitzchen ist. Richtig. In vielen Fällen. Erleben Sie viele Fälle, die dann nachher sagen, ich habe mich geirrt. Ich hätte gerne mein altes Leben zurück, um es mal so zu sagen. Das Thema ist ein relativ wichtiges Thema, was Sie ansprechen, weil es gibt dazu ganz viele Fallberichte und ganz viele YouTube-Videos. Aber eigentlich ist das Phänomen sehr, sehr selten. Ich bin seit 15 Jahren mit diesem Phänomen beschäftigt. Ich sehe im Quartal 90 Personen. Ich hatte bisher eine Person, die am Anfang Hormone genommen hat und gesagt hat, sie möchte wieder zurück. Wir sind also bei Zahlen von wahrscheinlich unter einem Prozent. Es gibt Zahlen, die sind höher in einigen Studien. Da muss man aber immer gucken, woher kommt die Studie. Wo ist die gemacht worden? Wer sind die Teilnehmenden in dieser Studie? Also in Deutschland wahrscheinlich eher unter einem Prozent. Ja. Wie helfen Sie überhaupt? Also ich habe diesen Wunsch, ich komme zu Ihnen und psychiatrisch, in welchem Zusammenhang können Sie mich unterstützen oder mich beraten? Sie sprechen das richtig an, beraten ist das richtige Wort. Fangen wir mit dem an, was ich gerade schon gesagt habe. Die Transidentität, die Transgeschlechtlichkeit ist keine Erkrankung. Das heißt, wir sprechen bei uns nicht von Therapie, sondern wir sprechen von Begleitung. Ich bin sozusagen der Case Manager, der die Person durch den gesamten Prozess durchführt. Das heißt, guckt, was können wir als nächstes machen und mit der Person genau schaut, was möchte diese Person überhaupt? Möchte die eine Operation, Hormone, also für mein Gegenüber oder mit meinem Gegenüber einen individuellen Weg zu finden? Ja, also besprechen Sie dann auch mit Ihren Patienten die Operation? Genau, also ich gehe die Operation durch, ich sage, das sind Vor- und Nachteile, das macht der Operateur aber auch nochmal. Dann helfe ich beim Outing. Das kann sein, dass ich dann die Familie mit einlade, um vor Ort zu outen oder wir besprechen das durch. Da gibt es auch ganz interessante sozusagen Dinge, die man erfährt, vielleicht hier für die Zuhörer Outing-Prozesse, die sehr schön gelaufen sind. Zum Beispiel hatte ich eine Patientin, Mann zu Frau aus dem Harz, konservative ArbeitskollegInnen, kleiner mittelständischer Betrieb, riesige Angst. Die Person wurde ganz herzhaft aufgenommen, als sie sich geoutet hat. Ein anderes Beispiel, Hannover, eine Behörde, wo es hier Gleichstellungsbeauftragte und all sowas gibt und wo wir eigentlich damit gerechnet haben, dass da nichts passiert, diese Person wird rausgemobbt. Also wirklich, da muss man individuell vorgehen und kann gar nicht vorhersagen, wie dann das Umfeld reagiert. Wir bereiten das aber im therapeutischen Kontext vor. Das heißt also, Sie beraten auch bei der Frage, ob operieren oder nicht. Helfen Sie auch nachher, also glätten Sie auch den Weg hin zur Operation, also dass man die Indikation bekommt? Genau, also wir machen dann die Indikation für die Hormone und für die Operation. Wir machen sogar noch mehr. Wir helfen bei Stigmatisierung. Es gibt kaum eine Bevölkerungsgruppe, die mehr stigmatisiert wird als Transpersonen. Wir helfen bei Mobbing-Erfahrung. Wie geht man aktuell damit um? Wir behandeln begleitende psychische Symptome, die teilweise da sind, depressive Symptome etc. Das heißt, unser Aufgabengebiet ist schon relativ vielfältig, um quasi den Weg dahin ganz gut zu bahnen und sind auch nachher noch da als AnsprechpartnerInnen. Ja, genau, nachher. Nachher ist ja lange hin, oder? Wie viele Sitzungen habe ich bei Ihnen vor der Operation? Genau, also die Krankenkasse verlangt zwölf psychotherapeutische Sitzungen a 50 Minuten. Zwangspsychotherapie muss man das sagen, weil das verlangt die Kasse. Die Richtlinien sagen, das kann man individuell gestalten, kann man aber leider nicht, weil es diese zwölf Sitzungen per se gibt. Und das heißt, zwölf Sitzungen a 50 Minuten innerhalb eines Jahres, die Personen sind mindestens ein Jahr bei uns. Aber können dann auch alles fragen, was zu fragen ist? Genau. Lange darüber nachdenken? Genau. Auch sich mit dem vielleicht abfinden, was nicht zu ändern sein wird an einem selbst? Auch da sprechen Sie was Wichtiges an. Es gibt einige Personen, die haben ein ideelles Bild von sich selber, wie sie aussehen möchten. Das wird man aber nicht immer hinkriegen. Aus einem biologischen, nicht ganz so hübschen Mann kriegen Sie keine attraktive Frau hin. Und das kann dann ein Trauerprozess sein, den man dann psychotherapeutisch bearbeitet. Okay. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bedanke mich auch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.